So, hier funkelt der Rotwein, Abendstimmung, da waren noch zwei Kerzen, von vier, und da ist unser Weihnachtsbaum, oh je, und oben an der Decke, unser Gecko, ist halt da, genau, einer von sieben, oder wie viel haben wir, sieben, acht, ich weiß gar nicht. Ja, gestern war Nikolaus, der Weihnachtsbaum brennt, da stehen über Geisterhäuschen, und da oben ist die Straße, gleich ist die Batterie, der klingt hier.